Soziale Medien können beim Lernen im Netz wertvolle Unterstützung ebenso sein wie lästige Ablenkung. Wie beim meisten im Leben kommt es darauf an, wie man sie nutzt. Das gilt für Studierende ebenso wie für Lehrende. Soziale Medien dienen der häufig profilbasierten Vernetzung von Benutzern und deren Kommunikation und Kooperation über das Internet. Soweit die Definition aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Kommunikation, Vernetzung, Interaktion, Partizipation, Offenheit, Zusammenarbeit, Organisation von Information und Wissensmanagement sind jene Schlagworte, die soziale Medien am besten charakterisieren. Facebook, Twitter, YouTube oder Wikipedia sind jene Angebote, die meistens mit sozialen Medien assoziiert werden. Tatsächlich ist die Bandbreite wesentlich größer. Am besten lässt sich das an der Grafik von Authority erkennen, wo soziale Medien nach ihrem Einsatz von sozialen Netzwerken, über Wikis und Social Bookmarks bis hin zu Kollaboration und Reputation gegliedert sind. In der Lehre bzw. beim Lernen lassen sich soziale Medien in unterschiedlicher Form einsetzen. Recherche von Inhalten. Wesentliches Merkmal des Web 2.0 ist bekanntlich die Möglichkeit für alle daran Beteiligten, selbst erstellte Inhalte in Form von Texten, Bildern oder Videos zu publizieren und von anderen erstellte Inhalte zu bewerten. Daher sind aktuelle Beiträge auch zu vielen wissenschaftlichen Themen verfügbar und leicht auffindbar. Mittels RSS-Feeds, Twitter-Hashtags oder der gezielten Suche, zum Beispiel bei Google Scholar, lassen sich die Suchergebnisse auch einigermaßen gut eingrenzen. Ideen und Inhalte sammeln, strukturieren und verwalten. Dank der sozialen Medien müssen sich die Beteiligten an einem Brainstorming nicht mehr zur selben Zeit im selben Raum befinden. Applikationen wie zum Beispiel Mindmeister oder Clockster helfen dabei, Ideen kollaborativ, aber zeit- und ortsunabhängig zu sammeln und zu strukturieren. Social Bookmarking-Dienste wie Digo erleichtern das gemeinsame Sammeln von Internetquellen. Anbieter wie Evernote, Pocket oder Flipboard erlauben es, Inhalte thematisch zu strukturieren und auch offline verfügbar zu machen. Und Applikationen wie Sotero ermöglichen eine dynamische wie kollaborative Literaturverwaltung. Zusammenarbeit in Gruppen. Terminkoordinationen können zum Beispiel mit Doodle durchgeführt werden. Wunderlist unterstützt beim Erstellen und Teilen von Aufgaben. Synchrone Besprechungen über große Distanzen lassen sich beispielsweise mit Skype oder Google Hangouts bewältigen. Zum gemeinsamen Erstellen von Texten eignen sich verschiedenste Wiki-Anbieter ebenso wie Google Docs. Und auch für das Teilen von fertigen Arbeiten steht eine Reihe von File-Sharing-Applikationen zur Verfügung, wie etwa YouTube, Flickr, Vimeo, Prezi, Script oder Slideshare. Austausch mit Gleichgesinnten. Social Networking bietet die Möglichkeit zum synchronen, wie asynchronen, bilateralen und multilateralen Austausch. Wer Facebook privat nutzt, kann das auch für das Studium und die Lehre tun. Netzwerke können mit Hilfe des gegenseitigen Informations- und Wissensaustausches aufgebaut und vertieft werden. Das gilt natürlich auch für andere soziale Netzwerke wie LinkedIn, Google Plus, Xing oder Twitter. Publikation von Forschungsergebnissen. Viele der schon erwähnten Werkzeuge eignen sich natürlich auch als Publikationsmedien. Präsentationen können zum Beispiel auf SlideShare zugänglich gemacht werden. Twitter bietet sich als Micro-Blocking-Tool an, etwa in Form eines Forschungs-, Lern- oder Projekt-Tagebuchs. Mit Hilfe eigener Blogs, zum Beispiel mittels WordPress oder Blogger, lassen sich Lehr- bzw. Lerninhalte und Forschungsergebnisse kompakt darstellen und weit verbreiten. Wenn der Einsatz sozialer Medien das Lernen und Lernen bereichern soll, sind einige Punkte zu beachten. Verfügbarkeit der Applikationen. Die eingesetzten Werkzeuge sollten möglichst kostenlos sein, damit sie von Studierenden ohne monetären Mehraufwand verwendet werden können. Viele Applikationen erfüllen diese Anforderung, gleichzeitig gibt es nur wenige Tools, die sich ohne Registrierung nutzen lassen. Hier ist zu beachten, dass Studierende nicht gezwungen werden können, die zeitweise durchaus undurchsichtigen Geschäftsbedingungen von Anbietern zu akzeptieren, was aber fast immer die Grundvoraussetzung für eine Registrierung ist. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Währung im Web 2.0 nicht unbedingt Geld, sondern zunehmend Daten und vor allem persönliche Daten sind. Auf den Schutz der persönlichen Daten von Studierenden ist jedenfalls Rücksicht zu nehmen. Sicherheit der Daten. Abgesehen vom Schutz persönlicher Daten ist auch zu bedenken, wie sicher die auf den Servern der Anbieter von Social-Media-Applikationen gespeicherten Daten sind. Hier sind Werkzeuge zu favorisieren, die das Speichern der Daten auf eigenen Festplatten und Servern zulassen, sodass die Datensicherung in den eigenen Händen bleibt. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, muss man sich jedenfalls darüber im Klaren sein, dass man vor allem bei der kostenlosen Nutzung der Dienste kein Recht auf Schadensersatz hat, wenn es zu Datenverlusten kommt. Verwendbarkeit der Applikationen. Beim Einsatz der Werkzeuge ist darauf zu achten, dass Lehrende wie Studierende über die notwendige Infrastruktur verfügen. Dazu zählt eine stabile Internetverbindung ebenso, wie die Verfügbarkeit von entsprechenden Endgeräten, die häufig auch mobil verwendbar sein müssen, wenn die einzelnen Applikationen wirklich sinnvoll verwendet werden sollen. Social-Media-Kompetenz. Die Verwendung von sozialen Medien im Unterricht soll vorhandene didaktische Konzepte bereichern und Kompetenzen stärken. Dazu ist es zunächst wichtig, dass die Lehrenden über die notwendigen Kompetenzen für den Einsatz der einzelnen Werkzeuge verfügen. Dazu gehört nicht nur der technische Umgang und die praktische Handhabung, sondern vor allem auch der mediendidaktische Einsatz. Wenn Studierende etwa aufgefordert werden, ein bestimmtes Thema im Internet zu recherchieren, ohne sie zuvor darauf hinzuweisen, dass nicht alle Quellen gleich vertrauenswürdig sind und ohne eine klare Aufgabenstellung zu definieren, was genau wie recherchiert werden soll, dann werden die Studierenden keine guten Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass auch Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende nicht unbedingt über ausreichende Kompetenzen im Umgang mit sozialen Medien verfügen, obwohl ihnen das als sogenannte Digital Natives häufig nachgesagt wird. Bevor also ein Werkzeug verwendet wird, müssen alle damit arbeitenden Personen zunächst damit vertraut gemacht werden. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass alle mit der Social-Media-Etikette vertraut sind, also wissen, wie man in sozialen Netzwerken kommuniziert und miteinander wertschätzend umgeht. Ressourcenplanung Soziale Medien zeichnen sich unter anderem durch eine starke Vernetzung von Informationen aus. Einmal mit der Recherche begonnen, lauert hinter jedem Link ein weiteres Stück Information, das rezipiert, archiviert und geteilt werden will. Dazu sind die Grenzen zwischen den einzelnen Plattformen sehr durchlässig. So führt etwa ein Hinweis auf einen Vortrag in der Twitter-Timeline zu einem YouTube-Video, in dessen Kommentaren ein Link auf eine Slideshare-Präsentation verweist, wo sich weitere Quellenangaben befinden, die in sozialen Medien gespeichert sind. Gleichzeitig lenken auf den Nutzer bzw. die Nutzerin individuell zugeschnittene Werbeeinschaltungen von der eigentlichen Recherche ab und verbrauchen so zusätzliche Zeitressourcen. Selbiges gilt auch für soziale Netzwerke, in deren Timelines sich berufliche und private Bereiche ja häufig vermischen. Der effiziente Umgang mit sozialen Medien setzt daher eine konkrete Ressourcenplanung, eine möglichst konkret definierte Aufgabenstellung sowie ein hohes Maß an Selbstdisziplin voraus. Akzeptanz bei den Lehrenden und Studierenden Die Verwendung von sozialen Medien sollte Lehrenden wie Studierenden Freude bereiten und keine lästige Pflicht sein. Werkzeuge mit einem so hohen kollaborativen und interaktiven Potenzial können nur dann gut funktionieren, wenn alle Beteiligten den Mehrwert des gemeinsamen Arbeitens erkennen und bereit sind, die daraus resultierenden Ergebnisse mit anderen zu teilen. Insgesamt ist die Bereitschaft zum Einsatz sozialer Medien in der Hochschullehrung leider noch relativ gering. So ergab eine von Anja Lorenz et al. durchgeführte Befragung von 253 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen an sächsischen Hochschulen, dass Social Software Anwendungen am häufigsten zum gemeinsamen Speichern und Verwalten von Dokumenten genutzt werden, allerdings nur von knapp 56% der Befragten. Drei Viertel benutzen weder soziale Netzwerke noch Weblogs, Wikis werden von über 44% nie eingesetzt. Angaben zu den verwendeten Informationsquellen sowie Empfehlungen zur Vertiefung des Themas finden sich in der Prezi-Präsentation inklusive der entsprechenden Verlinkungen. Weil Hochschulen soziale Medien, vor allem soziale Netzwerke auch verstärkt zu Marketingzwecken einsetzen, sei hier auch auf zwei entsprechende Publikationen verwiesen. Abschließend empfehlen wir noch folgende Übungsaufgabe. In dieser Präsentation wurde eine Reihe von Social-Media-Applikationen genannt. Recherchieren Sie die Handhabung und die vom Anbieter angegebenen Nutzungsbedingungen von mindestens zwei dieser Werkzeuge. Überlegen Sie, ob die Nutzungsbedingungen den Einsatz in der Hochschullehrung zulassen und beschreiben Sie für jedes der beiden Werkzeuge zumindest zwei Einsatzszenarien beim Studium oder in der Lehre aus mediendidaktischer Sicht. Vielen Dank für Ihr Interesse! Vielen Dank für's Zuschauen!